Jetzt dauert es nicht mehr lang, da haben wir Weihnachten. Und ich möchte gerne für den Besuch ein kleines Liedchen einstudieren. Du bist da sicherlich dabei, oder? Na klar, gerne. Das ist ja toll. Dann können wir gleich anfangen. Bist du soweit? Ja, okay. Eins, zwei, drei. Bist du soweit? Also, dein Gefiedel war ja wohl fürchterlich. Besser als deins. Hä? Ich mache nicht mehr mit. Mach das alleine. Muss doch nicht gleich beleidigt sein. Muss doch nicht gleich abhauen. Ey, bleib hier. Nee, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Dann mache ich wieder aus. Bis zum nächsten Mal. Okay. So.